Eine neue Folge von ROCKTV. Willst du werden, scheitern schlau, schaust du regelmäßig ROCKTV. Richtig fein, dass du wieder mit dabei bist, denn heute gibt es eine ROCKTV Spezial-Sendung. ROCKTV Spezial gibt es dann, wenn wir wieder eine Produktneuheit haben. Genauso ist es heute. Heute darf ich dir unser ROCK Health 3K Magnesium vorstellen. So sieht das gute Stück aus. 3K steht für drei Komponenten Magnesium. Du denkst jetzt vielleicht, Magnesium? Magnesium ist doch Magnesium. Nein, ist es nicht. Warum es da Unterschiede gibt und warum wir genau drei Komponenten einsetzen, schauen wir uns in den nächsten paar Minuten an. Genau dafür habe ich dieses Video für dich gemacht. Mir ist es immer wichtig, wenn wir neue Produkte auf den Markt bringen, dass wir die nicht einfach in den Markt reinhauen. Dann ist es eines von vielen, sondern ich möchte dir die Gedanken, die ich bei der Entwicklung hatte, entsprechend teilen, damit du auch einen Mehrwert hast, beziehungsweise am Markt dann unterscheiden kannst. Okay, ist das was Feines? Ist das vielleicht nicht so fein? Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen. Mein Name ist Christy Rock. Ich bin Gründer und Inhaber von Rock Sports. Das ist die feinste Sportnahrung in 100% Bio-Qualität. Und da gibt es noch vieles, vieles mehr. Unsere Rock Kitchen Bio-Gewürze, unsere T-Rock Bio-Tees und unter anderem eben auch unsere Rock Health Nahrungsergänzungsmittel. Und die Idee hinter der Rock Health Marke ist, dass wir Nahrungsergänzungsmittel anbieten, die nicht nur aus meiner Sicht Sinn machen, sondern eben auch aus Sicht der Datenlage, beziehungsweise der Literatur. Und dazu gehört unter anderem auch das Magnesium. Oder unser Rock Health Multivitaminpräparat. Oder unser Rock Health Vitamin D3 K2 Spray. Oder unser Kreatinmonohydrat. Oder, oder, oder. All das sind Produkte, die findest du wie gesagt unter rocksports.at. Aber jetzt gehen wir mal direkt zum Thema Magnesium. Wenn du dir denkst, Magnesium ist doch Magnesium, das ist doch eh alle das gleiche. Genau betrachtet ist das nicht der Fall. Und wenn du dir jetzt sonst noch denkst, naja Magnesium, ich bin ja nicht so Leistungssportler wie du, Chris. Ich mache da jetzt nicht so viel Kraftsport. Ich brauche da nicht aufs Magnesium schauen. Egal ob du jetzt sportlich bist oder nicht sportlich bist. Sofern du ein Mensch bist, solltest du dich um dein Magnesiumzufuhr kümmern. Warum? Magnesium ist an mehreren hundert verschiedenen biochemischen Reaktionen oftmals als Co-Faktor, sprich als kleines Helferchen beteiligt. Und wenn du unzureichend Magnesium zuführst, dann können die Prozesse in deinem Körper nicht ideal ablaufen. Das heißt, sofern du möchtest, dass du gesund, fit und stark bist, dann ist Magnesium ein Puzzlestein, um das du dich kümmern solltest. Vielleicht noch eines vorab, Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn du regelmäßig bei RockTV dabei bist, weißt du das, sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Ich sage es immer wieder, die Basis muss eine gute, ausgewogene, bedarfsgerechte, möglichst unverarbeitete Ernährung sein. Und wenn darüber hinaus noch ein Bedarf besteht, dann kannst du zum Beispiel mit unserem 3K-Magnesium zugreifen. So, Magnesium ist ein essentieller Mineralstoff. Wenn wir uns da mal die grobe Unterteilung anschauen. Wir haben auf der einen Seite die Makronährstoffe, Eiweißproteine, Kohlenhydrate, Fette, Alkohol. Dann haben wir die Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Und ein Mitglied der Mineralstoffe ist unser Magnesium. Magnesium ist essentiell, das heißt, der Körper kann es selbst nicht herstellen und benötigt es von außen zugeführt. So wie unsere essentiellen Aminosäulen beispielsweise. Das heißt, wenn du zu wenig Magnesium zuführst und im Körper zu wenig gespeichert ist, man spricht in etwa von 20 bis 25 Gramm Magnesium, was wir im Körper haben, Daumenwert ungefähr, wenn du zu wenig hast, dann können eben die Prozesse im Körper nicht so gut funktionieren. Und am Ende des Tages, egal ob ich jetzt Sportler bin oder nicht, ich will natürlich, dass alles so gut wie möglich funktioniert. Damit wir uns einmal anschauen, wofür der Körper eigentlich Magnesium braucht, lohnt sich ein Blick auf die EU Health Claims beispielsweise. Das sind gesundheitsbezogene Aussagen, die erlaubt sind, gesetzlich erlaubt sind. Und wenn man da sieht, dass das schon so eine Litane ist, dann ist es oftmals ein Hinweis darauf, dass dieses Produkt gut untersucht ist und tatsächlich auch einen Mehrwert hat. Und bei Magnesium ist es tatsächlich so, ich habe jetzt hier nur drei, vier Dinge rausgeschrieben, weil es dann zu lange sein würde, wenn du Lust hast und du das alles im Detail anschauen möchtest. Schau gerne auf die DGE-Seite, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die haben das ganz gut zusammengefasst. Schau auf die EFSA-Seite, das ist die Europäische Food, also Ernährungssicherheitsbehörde. Auch die haben das ganz gut ausgearbeitet. Da findest du viele, viele, viele Inhalte, die richtig spannend sind. Aber die aus meiner Sicht wichtigsten Dinge sind Magnesium ist zum Beispiel, spielt eine wesentliche Rolle beim Energiestoffwechsel. Glykolyse, Zitratzyklus, das heißt Energiebereitstellung. Magnesium ist ein wesentlich beteiligter Regulator bei der Reizübertragung, Muskeln bis hin zum Herzen etc. Da hängt so viel dran. Oder Magnesium spielt eine wesentliche Rolle beim Erhalt der Muskulatur, bei der Erhalt der Knochen, bei den Zähnen etc. Also das kann man im Grunde extrem weit verbreiten oder weiter treiben. Und man sagt, naja, die DGE beispielsweise, dass Magnesium an ca. 600 verschiedenen biochemischen Reaktionen beteiligt ist, als Kofaktor beispielsweise, zur Enzymbildung und so weiter. Das heißt, da kriegt man schon einmal Eindruck davon, wie wichtig dieser kleine Mineralstoff doch für unseren Körper ist. Und dementsprechend macht es Sinn, wie gesagt, egal ob sportlich, unsportlich, egal ob Männchen oder Weibchen, egal welcher Sportart oder was auch immer du tust, achte auf deine Magnesiumzufuhr. Ganz, ganz wichtig. Und was es genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Es gibt verschiedenste Referenzwerte, beispielsweise der NRV, Das ist eine typische tägliche Zufuhr, Empfehlung oder Größenordnung, was die tägliche Zufuhr sein sollte. Die liegt beim NRV bei ca. 300 oder nicht nur ca., sondern ganz genau sogar bei 375 Milligramm Magnesium pro Tag. Werfen wir einen Blick zur DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die sprechen von 300 für Frauen und 350 Milligramm für Männer. Das heißt, da sind wir ungefähr im richtigen Bereich. So, und wenn man jetzt einmal einen Blick darauf wirft, wie schaut denn die Versorgungslage aus? Das heißt, macht es überhaupt Sinn, dass ich Magnesium in irgendeiner Form supplementiere? Und da kann man sagen, wenn man beispielsweise der nationalen Verkehrs-, nicht Verkehrs-, sondern Verzehrsstudie vom Max-Rubner-Institut glauben mag, die haben analysiert anhand von Befragungen, haben geschaut, okay, wie viele Menschen sind mit unterschiedlichen Mikronährstoffen gut versorgt oder eben nicht. Und da haben sie sich unter anderem auch eben die Magnesiumzufuhr angesehen. Und da ist man draufgekommen, okay, ca. 30% der Frauen und ca. 25% der Männer, also ein Viertel, jeder Vierte erreichen die Referenzwerte hier oben nicht. Das heißt, es ist durchaus schon eine gar nicht zu kleine Zielgruppe und vor allem, wenn man dann auch ein bisschen Sport betreibt, wenn man viel schwitzt, etc., dann ist es umso wichtiger, dass man sich um das Magnesium kümmert. Grundsätzlich kann man dann immer die Frage stellen, naja, wie merke ich denn, ob ich einen Mangel habe? Am einfachsten ist es, beziehungsweise auch wirklich nachweisbar, wenn ich tatsächlich das anhand von meinem Blut messen lasse. Sondern mal schau, okay, wie schaut es denn da mit meinem Magnesiumstand aus? Es gibt natürlich auch typische Symptome, aber dadurch, dass Magnesium an so vielen Prozessen beteiligt ist, sind diese Symptome in Wahrheit relativ nichtssagend. Ich habe es trotzdem einmal hergeschrieben, dass man immer damit zumindest irgendwas in der Hand hat, ob das jetzt Appetitlosigkeit, Übelkeit ist oder das trifft eher schon zu Müdigkeit bzw. allgemeine Schwäche, wenn man sich einfach immer wieder matt fühlt, dann kann das oftmals ein Hinweis darauf sein, dass einfach die Mikronährstoffversorgung nicht so gut ist oder einfach zu viel Stress, was dann wieder Folge von einem Mangel sein kann etc. Also du siehst schon, das sind eher grobe Symptome, aber das können halt Möglichkeiten sein. Am einfachsten ist es einfach direkt zum Profi gehen, zum Arzt, Blut abzapfen lassen und da einfach mal reinschauen, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Das gilt wie gesagt für alle Nahrungsergänzungsmittel, nicht einfach blind mit dem Schrotflentenprinzip da alles futtern und hoffen, dass es passt, sondern lieber vorher mal schauen, brauche ich etwas und wenn ja, kann ich gezielt das Ganze supplementieren. So, unser 3K-Magnesium heißt 3K-Magnesium, weil es drei Proteinkomponenten hat. Es gibt verschiedenste Magnesiumarten und wir haben uns konkret auf drei bestimmte spezialisiert, kann man sagen, beziehungsweise haben die zu einer Rezeptur zusammengefasst. Was ist der Hintergrund? Man kann leidenhaft sagen, jede Magnesiumform wird ein bisschen anders verstoffwechselt und wenn ich jetzt die Bio-Verfügbarkeit maximieren möchte, dann ist aus meiner Sicht der Ansatz ganz gut, dass man sich eben nicht nur auf eine Magnesiumform spezialisiert, beziehungsweise die ins Produkt reingibt, sondern verschiedene. Und die, die aus der aktuellen Datenlage scheinen sehr, sehr gut aufgenommen zu werden, sind eben die folgenden drei, die wir auch hier bei unserem 3K-Magnesium kombiniert haben. Es ist auf der einen Seite das Magnesium-Bisglycinat, wir haben auch das Magnesium-Citrat und die dritte Komponente ist das Magnesium-Carbonat. Und die drei haben wir kombiniert in einer entsprechenden Rezeptur. Und wenn ich hier da mal runterlese, haben wir hier Magnesium, Tagesdosis, zwei Kapseln, sind 344 Milligramm, entspricht 92% des NRVs. Das heißt, wenn du zwei Kapseln hiervon hast, hast du im Grunde den gesamten NRV hier schon einmal abgedeckt. Meine Empfehlung ist immer die, zu schauen, wie schaut denn die tägliche Ernährung aus. Du kannst natürlich idealerweise über eine gute, bedarfsgerechte Ernährung Magnesium schon zuführen, über Magnesium reiche Lebensmittel. Und dann kann es einfach sein, okay, wenn du da schon gut versorgt bist, reicht vielleicht eine Kapsel pro Tag. Das heißt, das kann man immer individuell anwenden, das pauschal zu sagen, jeder braucht das, ist einfach nicht seriös. Dementsprechend hier der Hinweis. Das Ganze, genauso auch wie bei unserem Multivitamin, wir verwenden 100% vegane Kapselhüllen. Dementsprechend ist es auch für unsere veganen Kollegen geeignet. Und ja, und das ist es im Grunde. Du kannst das Rock Health 3K Magnesium in der Einzelpackung dir gönnen oder auch im 3er Vorratspaket, wenn du sagst, hey, du bestellst gleich für deine Liebsten oder für Freunde, Bekannte etc. mit. Dann kannst du einfach noch einmal ein paar Euronen sparen. Das Ganze findest du unter rocksports.at und das war es im Grunde schon. Das heißt, Magnesium ist ein Mineralstoff, wo es unbedingt Sinn macht, am Blick drauf zu werfen. Und vor allem, extrem spannend aus biochemischer Sicht, ich habe es hier noch einmal zusammengeschrieben, mehr als 600 verschiedene Prozesse, wo Magnesium beteiligt ist. Es ist unglaublich. Dieses kleine Mineral ist überall da irgendwie mit dabei, ist extrem spannend. Von daher achte darauf und wenn du Lust hast, schau gerne auf der Rock Sports Seite vorbei. Da findest du noch weiterführende, häufige Fragen, knackig beantwortet. Und wenn du sonst noch Fragen hast, schreib es unten gerne in die Kommentare rein oder melde dich bei mir. Und ja, wir liefern die entsprechenden Informationen, die du dir wünschst. In diesem Sinne, alles Gute. Ich wünsche eine sehr, sehr gute Magnesiumversorgung und viel Freude mit unserem Rock Health 3K Magnesium.